Lieber Dominik, vielen Dank für die Nominierung der Faustballer bei der TSV Klopapier-Chainers. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir euch tolles präsentieren können und haben dazu eine kleine Trainingseinheit vorbereitet. Ich zieh mich jetzt schnell um und wünsche euch dann viel Spaß beim Schauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot, genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Es lebt der Sport, er ist gesund und macht uns hart, er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei alt und jung. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen. Gibt's ein Mastenschlägerin, er ist immer live dabei. Wer mit seinem Kolor-Defau sieht er alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihm ein bisserl müd, für er ist abgebrüht. Wenn er ihm dabei irgendwas erregt, dann nur wenn's einen Ohr den Licht zerlegt. Ein Sturz bei 120 kmh, entlockt in einer Freude, hoppala. Und liegt ein Körper regungslos im Schnee, schmeckt erst so richtig der Kaffee. So, ich hoffe unsere kurze Trainingseinheit hat euch gefallen. Wir freuen uns jetzt auf spannende Einlagen der nachfolgenden Abteilungen. Hiermit nominieren wir unsere Freunde der Abteilung Google. Auch ihr habt eine Woche Zeit, um uns eure Challenge zu präsentieren. Und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt. Wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.